finde ich finde ich einfach super lecker und finde ich cool oh ja out of order hier die seite es gibt schon es gibt schon richtig leckere suppen also das ist auch so eine nummer also jetzt bin ich nicht unbedingt so der suppen casper der dreimal die woche super haben muss aber es gibt schon leckere so ich habe mir mal eine portugiesische fischsuppe gekocht mit meeresfrüchten die war lecker also wirklich die hat ganz anders geschmeckt als ich es erwartet habe ganz anders und das war einfach war das ding war absolute granate darüber reden echt hammer müsste ich mal wieder machen unbedingt somit tomaten aus der dose allerdings weil ich finde die haben noch ein bisschen mehr geschmack erbsen chorizo war aber mit drin übrigens eine ganz leckere kombi chorizo und meeresfrüchte also da haben wir so kleine octopus echt richtig geil richtig geil im jpeg da gewinnen voller willkommen der familie wenn jetzt ja kommen wir jetzt ja das hast du vor was so geht auch den wirklich weiten weg das kann man nicht anders sagen beide dds da drüben ok so jetzt safe hier wenn jetzt ja genau fahr doch mal schön ran dann kannst du nämlich nichts mehr machen außer rückwärts fahren oder stehen bleiben und das geht natürlich auch und kurve ist du hast mir meine haupt was so ist schon da der hoher was hier der spiel das schlau kann man nicht anders sagen er spielt das zumindest sehr konsequent und Untertitelung. BR 2018 Okay. 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 Und wenn ich jetzt einfach nur Gas gebe, dann taubst du einfach dran vorbei. Dreht ja nicht jeder ein. Oh, 1, 2, 3, ganz viele. Ich habe ganz viele Tops, habe ganz viele Tops gekriegt. Fehlt das auch? Fehlt das extra? Wie lange hat das jetzt gedauert? Gold Liga. Ah. Toller Heere. Jo. 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 nach 46 war das ganze hier vorbei da schafft man dann gerade mal 32,6 kilometer bei vollgas alter 640 gold liga die besten der besten der besten unglaublich echt unglaublich was soll